Die heimische Kulturbranche kommt nicht zur Ruhe. Auch im aktuellen Fall geht es um Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen. Und wieder steht ein Künstler aus Österreich im Visier der Ermittlungsbehörden. Wie die Staatsanwaltschaft München bestätigte, ist Thomas Peckny, Ex-Intendant des traditionsreichen Deutschen Theaterhauses Komödie im Bayerischen Hof, mit einer Anklage wegen des mehrfachen Abrufens Kinder- und Jugendpornografische Inhalte konfrontiert. Schon 2021 stand der gebürtige Linzer vor Gericht. Vom Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauches wurde der Sohn eines vielfach ausgezeichneten österreichischen Schauspielers und einer Schauspielerin freigesprochen. Terminiert ist der Prozess am Amtsgericht München noch nicht. Peckny, für den bis zu einem Abschluss des neuen Verfahrens die Unschuldsvermutung gilt, war Ende Juli 2021 vom Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs freigesprochen worden. Das Landesgericht München kam in seinem Urteil zu dem Schluss, dass kein Tatnachweis geführt werden konnte. Peckny hatte die Vorwürfe im Prozess strikt zurückgewiesen. Der Theaterchef war nach dem Prozess von seinem Posten zurückgetreten, ist aber immer noch als Bühnenbildner für das Haus tätig, laut Homepage der Komödie auch für aktuell laufende Produktionen.